Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Ip und Ob! Ich bin hier der kleine Ip der Grüne und ich glaube der Tidus ist gerade nicht da. Aber das ist egal, wir schaffen das auch alleine. Pass auf, wir machen das einfach so, wir lassen kurz den Tidus hier. So kann er da rumsitzen und wir holen uns die Punkte hier. So, sollte er nicht allzu schwer sein. Siehste mal, haben wir gleich schon mal... Ne, haben sogar alle bekommen. Okay, jetzt müssen wir nur leider irgendwie den Tidus mitnehmen. So, ich hoffe der ist gleich wieder da, ich habe keine Ahnung wo er ist. Eben war er noch da, jetzt plötzlich nicht. Und da, da ist er! Da ist er! Hä? Hallo? Hallo, na wo warst du? Auf Toll... Da hört man seine Mutter. Du bringst die Abt, die Aufnahme. So, das ist auch schön. Guck mal, das ist auch ein Ball, mal gucken, krieg ich da irgendwas hin? So, schieben wir ihn kurz hier durch. Guck, wir brauchen ihn gar nicht. Hä? Bringt das was? Ach, die verschwinden einfach wieder, okay. Kommt er auch nochmal wieder? Hallo? Hallo? Oh, der kleine Ball ist weg, da ist er wieder. Okay, der bringt irgendwie gar nichts. Anscheinend sind die nur dazu da, um zu zeigen, hier, die verschwinden. So, wir brauchen den Tidus. Aber wir können ihn uns ja zurecht schieben, wie wir wollen. Okay, da oben komme ich irgendwie nicht hin ohne ihn. Ja, egal. Dann lassen wir das kurz aus. So, hier. Moment, wie weit geht das schwarze Ding? Geht das bis zum Rand? Okay, das ist öde. Dann wird er sterben. Dann lieber nicht. Machen wir das alleine. Wer braucht schon bei einem Co-Player-Game zwei Leute? Also ich nicht. So. Put machen. Ach, komm, ich kann nicht hin. Oh, nie. Tschüss, Punkte. Hab euch lieb. So, und jetzt? Was bringt das da? Komm ich da irgendwie rauf? Ich komm da tatsächlich rauf. Ach, da oben sind Punkte. Ja, egal. Aber die Punkte hätte ich gerne. Ich hätte doch die an... Arrrrrrrrrrrrrr Untertitelung. BR 2018 Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of... Das ist Input-Off. So ein Fail. Egal. So, das ist Input-Off. Herzlich willkommen zurück zu Input-Off. Ihr habt eben schon gesehen, wie ich hier Tidus ein bisschen durch die Gegend geschubst habe. Und jetzt ist er endlich wieder da. Jetzt hat er sein Essen bestellt und will die Punkte anscheinend nicht einsammeln. Äh, du... Okay. Du dachtest, ich nehme dich auf, hä? Ich... Nur weil ich The Binding of Isaac gesagt habe. Ist mir doch egal, das bleibt jetzt drin. Nee, 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 ich meine das davor, mit der Bestellung. Hä? Das habe ich auch aufgenommen, ja? Das lädst du aber nicht hoch. Natürlich. So. Okay. Ja, da. Okay. Die Punkte, das kenne ich jetzt alle schon. Ich habe dich eben schon umhergeschubst. Ich war hier ja noch nicht. Doch, du warst hier eben schon. Nee, aber nicht mit meinem Beisein. Also mit meinem... Dein Körper war da. Mein Körper war da, aber meine Seele war woanders. So. Warum bist du jetzt hochgegangen? Äh, ich komme doch noch. Bleib und bleib und... Ah. Ah. Ich bin doch immer dasselbe mit dir. Ja. Und auf Wiedersehen. Oh Mann. Da müssen wir... Okay. Ach, dich zerblocken nur oder was? Ja, ja. Äh, einer... Einer muss hier unten stehen und einer muss dann da hoch. Weil da oben, da ist noch so ein weißes Teil. Wie kriegen wir das weiße Teil? Indem du hierher kommst, wo ich bin. Und eine... Und die rausspringen. Ja. Und einer dann in die Blase geht. Tut mir leid. In dieser Folge machst du die Ansagen. Ja, Moment, jetzt. Okay. Cool. Dschipadul. Dann hätten wir das auch. Aber ich hoffe, wir haben diese Folge nicht die Probleme, dass ich die Kugel nicht sehe. Wir haben... Nee, du hast sie doch eben gesehen oder nicht? Ja. Doch. Die Musik ist irgendwie gerade von laut. Oh ja, der hat es wiederum unter... Ja. Der hat es wieder hochgestellt. Ich stelle mal kurz die Musik runter. So. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Wir haben noch kein einziges Level geschafft. Mit 100%. Mit voller Punktzahl, ja. Richtig. Weil wir... Oh. Los, hol dir die Punkte. Ey. Weil wir andauernd irgendwelche... Irgendwie diese Gä... Äh, diese Gä... Diese weißen Dinger übersehen. Ja, also... Also entweder wir übersehen die Versteckten. Oder wir... Wahrscheinlich. Wir kriegen halt, wenn wir einen töten, nicht alle. Weil... Ist so. Ich schätze mal, ich... Ja. Ich schätze mal, ich habe keine Ahnung. Aber du überlegst einfach mal. Ich habe es verbockt. Ich habe es verbockt. So. Und jetzt? Und jetzt? Aha. Toll. Ist ja nicht so, dass ich von oben laufen kann? Nee, du musst... Ja, genau. Das musst du aber gleich auch nochmal machen. Du musst mehr hier aber erstmal... Dankeschön. Bisschen, Schatz. Oh. Boah. Voll. Das... Verstehe ich jetzt... Nicht. Wieso? Du musst doch einfach nur auf dieses Ding da wieder rauf, da oben. Ja, aber ich komme ja nicht da oben raus. Doch, du springst da durch. Ja, genau. Und jetzt? Guck. Das passt nicht. Ach, du kommst noch bis da. Ja. Vielleicht... Schaffst du's? Hey, du schaffst es da nicht hin. Wie machen wir das? Schaffst du's, wenn du da durchspringsst, wieder da durch zu springen, dass du dann so weit kommst, dass du zu mir springen kannst? Also, wenn du jetzt da bist, wenn du da jetzt bleibst, bleibst du mal da. Überleg du einfach mal. Ich bringe dann mal gleich da hin. Das geht. Warte, jetzt kann ich dir hier hochhelfen. Was soll ich da oben? So, jetzt bleibst du da. Jetzt gehe ich hier einmal rum. Warte, 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 warte. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber... Achso, ja, jetzt springst du auf mich. Ich bringst du hoch. Okay. Coole Sache. Okay, dass es wirklich so kompliziert sein würde, hätte ich nicht gedacht. Oh, cool. Kann ich hier nicht... Ja. Genau. Okay. Ich dachte, du gehst ein bisschen früher dahin. Okay, aber wenigstens startest du unten. Haben wir die Punkte jetzt noch bekommen? Nein. Ja, dann habe ich es wohl verbockt. Nein, ich war das. Ey, da war eine Blubberblase. Ich war schuld. Hier sind überall Blubberblasen. Blubbis. Ist nur die Frage, wo man denn so eine Blubberblase benutzen muss. Das ist bestimmt wieder irgendwo was versteckt. Guck mal, wenn der hier schon so groß ist. Die Blubberblase hier unten bei mir, die sehe ich zum Beispiel wieder nicht. Geht das wieder raus. Ja gut, du hast ja auch so eine Blauschwäche. Finde ich, sind sie mit dir weiß. Ja. Die sind nämlich ein bisschen bläulich. Kommen wir nicht mit diesen Kleidchen. Das ist... Das ist und bleibt goldweiß. Nein. Was ist das denn hier? Oh, ich habe Angst. Ich gehe weg. Tschüss. Ich bleibe hier. Viel Spaß. What the fuck? Das ist der Endboss. Lass mal da rüber. Der Endboss einfach. Warte, nee, nee, nee. Bleib du mal da drauf stehen. Du musst auf die andere Seite. Da. Da ist doch kein Schalter. Da oben ist ein Schalter. Da ist hier ein Schalter. Okay, da ist natürlich auch ein. Ja, ist ja okay. Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Oh. Gegner. Oh, die Verfolgung. Nein. Okay. Jetzt wird es nicht interessanter. Oh. Diese Welt ist gar nicht so friedlich, wie sie aussieht. Oh, da kommt man da. Oh, cool. Okay. Oh nein. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Lauf. Lauf. Die Verfolgung ein, Alter. Alter. Tschüss. Ich habe es übernimmt. Oh, das war voll knapp. Ja, ich will die Punkte trotzdem haben. Hilf mir. Aber. Was? Die können die auch benutzen? Wirklich? Komm doch her. Ach, du bist schon drauf. Ich komme hier nicht hoch. Ach so, nee. Ich komme hier wirklich nicht wieder hoch. Mir doch egal. Okay. Du musst mir helfen. Nee, ich. Da komme ich ja nicht mehr hier hoch. Egal. Dann bleiben wir da. Obwohl die Spawn ja immer neu. Aber wir können ja warten, bis sie die Blubberblase benutzt haben. Dauert nicht lang. Die sind voll schlau. Wir müssen die da hinlocken. Ja, stimmt. Oh. Okay. Sehr gut. Da, Punkte. Schade. Nein. Und jetzt hilfst du mir hier hoch. Und dann? Nee, warte. Okay, doch. Oh. Was machst du denn? Sag, guck. Ich habe den Knopf gedrückt. Komm ich dir überhaupt an? Ich glaube, du musst die Blubberblase einfach benutzen hier. Ja, aber die Spawn ja so weit oben. Oh, stimmt. Kriegst du nicht. Äh. Wenn ich warte, warte. Du willst mir essen. Nee, macht gar keinen Sinn. Können knapp werden. Schauen wir nochmal. Was haben wir denn hier sonst noch so? Gar nichts. Also da unten sind Blubberbläschen, da oben sind Blubberbläschen. Da komme ich nicht durch. Warte, kann ich dir hier hochhelfen? Oder kannst du mir da hochhelfen? Ist die bessere Frage. Wenn wir von da springen, geht das vielleicht. Nein, ich will da hoch. Wenn wir von da springen, geht das. Achso. Kommst du da hin? Achso, genau. Du kommst ja, genau. Gehe ich da rum. Einfach da rechts. Hier rechts rauf. Und dann da rein springen und da auch hier hochkommen. So, und dann springst du auf mich drauf. Und jetzt nehme ich Anlauf. Und wir schaffen es nicht. Wir machen es nochmal. Aber das war doch. Ja, gut. Wir versuchen. Vielleicht muss ich ja die Blubberblase hier benutzen. Stimmt. Und dann springt die Warte. Vielleicht muss ich die Bündnis. Du musst ein bisschen warten, dass die größer wird. Ich seh die ja nicht. Achso. Ich sag, wenn du springen sollst. Du, 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 du. Okay. Jetzt. Cool. Perfekt. Also, ich komme auf jeden Fall da hin. Ne, da hin. Weiter hoch kommst du auch nicht. Achso, du kommst hier unten hin, ja. Wir müssen uns beide da irgendwie durchkriegen. Ich habe mir auch die letzten Folgen nochmal angeguckt. Und einige Rätsel waren voll dämlich, wie wir die gelöst haben. Ja. Und das ist wahrscheinlich genauso. Bei diesen einen Rätsel, wo so ein gelbes Pad hier war, wo wir uns gewundert hatten, wofür das da war, das sollte man eigentlich verwenden für den Weg. Wir sind das echt. Ja, wir sind dann aber die Wand an der linken Seite hochgegangen. Ach stimmt, ja. Ja, aber das hier ist bestimmt genauso simpel. Wir stellen uns einfach nur wieder an. Wenn, richtig von, ich kann dich ja, warte, wenn du mich da hoch lässt, kann ich locker hier hin. Ach so, ja, genau. Jetzt müssen wir dich noch da rüberkriegen. Ja, sicher, dass das nicht funktioniert. Vielleicht, ich glaube echt, ich muss die Dinger hier benutzen. Die Blubberbläser. Vielleicht schapfen wir das echt nicht, wenn ich hier rüberlaufe. Komm mal hierher, komm mal hierher, komm mal hierher. Vielleicht muss ich einfach beide Blubberbläser nehmen, da sind zwei. So. Hüpf mal. Ein bisschen nach rechts. Jetzt ist sie weg. Wieso siehst du die nicht, die unten sind? Weiß ich, das ist voll verbuggt bei mir irgendwie. Ah, okay, spring mal. Ich habe die einen... Die platzen voll schnell, ne? Ja, aber die... Lass uns das nochmal probieren, ne? Ich glaube, die bringen auch nichts. Hast du das Gefühl? Hä? Hast du, spürst du es? Ja, 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 ich habe es immer gefühlt. Das geht nicht. Doch, das geht. Ich glaube nicht. Machen wir das, einmal machen wir das noch. Ich glaube, das ist falsch. Wir brauchen nur Timing. Aber irgendwie muss man doch die Blubberbläser hier benutzen. Okay. Okay, vielleicht, vielleicht... Ah, vielleicht geht das doch. Das ist immer voll knapp. Ob das... Ob dir das wirklich so knapp berechnen? Ich weiß ja nicht. Wir machen es unseres... Wir machen das eh wieder. Gehen wir schon mal ein Stück nach rechts. Soweit es geht. Ich glaube, ich glaube, das ist falsch. Darf ich mal versuchen? Du musst da hin, ne? Ja, lass mal probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Achso. Eine Folge lang. Nur das hier. Ein Rätsel, ja, ja. Wieso so? Hä? Warte mal. Mach mal einfach. Du willst da doppelt durchspringen, oder? Geh nach... Spring mal doppelt durch dieses Rote durch. Dann kommst du da auf jeden Fall hin. Ne, aber... Wenn ich springe. So, jetzt bist du schon mal da oben. Schön, oder? Wie kriegen wir dich jetzt da hin? Was ist, wenn du nach rechts gehst? Wie? Rechts runter. Kann ich alleine weitermachen. Ich kann nur auf die andere Seite gehen. Komm jetzt nicht mehr da hin, oder? Kriegen wir dich da hin? Wir müssen doch bestimmt die Dinger hier benutzen. Ich glaube, du musst da rechts irgendwie weiter. Ah, ne, ne. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und zwar? Ich hab's doch nicht. Lass mich nochmal hoch. Und geh du nochmal auf die andere Seite. Da ist keiner wieder. Was wäre dir? Achso, ja, ja. Du musst drüber stimmen. So. Ah, nein, ich hab's. Warte. Hui. So, jetzt gehen wir weiter. Nach ganz rechts? Was, was gibt's da so? Komm, ich komm mal ohne dich nicht weiter. Hier, ich kann nichts machen. Kommst du jetzt noch zurück? Ich denke, wenn ich so springen, geht das. Okay. Ähm, was mein Plan ist, ist, dich hier hinzubringen, nach oben, und dann springe ich auf die Truff, dann springst du hoch, dann springe ich wieder durch und komme da hinten hin. Ja, stimmt. Ja, 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 ist richtig. Das ist das Rätselslösung. Aber ich glaub, das ist doch kein Problem. Das geht doch. Ja, aber wie soll ich jetzt da hinkommen? Hä, du kannst doch von hier... Achso, ich kann dir ja nicht helfen. Oh, doch, 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 doch. Oh, wir sind so doof. Nee, hä? Achso. Perfekt. Spring. Ja! Oha. Hat ja auch fast nicht lang gedauert. Wir sind die Jadys hier. Jadys! Ach, nö. Ach, die verfolgen ja einen. Komm, ich... Nee. Die kriegt man schon ein bisschen Angst, wenn die einen verfolgen. Einfach durchlaufen. Einfach... Ja, die verfolgen ein, pass auf. Überhaupt nicht. Die gehen... Die Kanten nicht runter. Ähm. Bist du etwa gestorben? Nee, aber du. Hä? Du bist doch gestorben. Hä? Nein, das war ich nicht. Kann man hin und her wackeln lassen. What? So, du bleibst da? Cool. Hey. So. Wahrscheinlich beide unten lang, ja. Was hast du denn? Einer kann ja nur unten lang. Das stimmt. Da ist eine Blubberblase. Ah, ja. Hab ich kaputt gemacht. Ja. Von dem muss man echt aufpassen. Die sind ja gemeingefährlich. Die wirken voll... Gemeingefährlich. Erst mal angucken hier die Apparatur. Da muss einer hin. Okay, dann musst du mir erst rüberhelfen. Nee, du musst mir hier erst rüberhelfen. Dann hilfst du mir rüber. Okay. T-Bab. Moment. Da kommst du ja gar nicht... Unten. Ich bin so doof. Dann komm ich aber nicht mehr zurück. Natürlich. Nicht. Natürlich nicht. Ja, natürlich kommst du da nicht zurück. War ich nicht hier durch? Nee, das ist weiter weg. Ja, ohne dich komme ich nicht weiter. Was ist das schon mal falsch? Helf mir hoch. Helf mir hoch. So, jetzt. Kann ich hier durch? Dann. Die Automaten sind doof. Komm, helf mir hoch. Komm, helf mir hoch. Wir gehen einfach beide rüber. Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Wir machen das so. So, komm her. Hui. Hä? Worauf willst du ihn aus? Ich habe noch keine Ahnung, aber das funktioniert garantiert. Kann man von hier... So, jetzt gehe ich hier durch. Und da mache ich so. Ah, nee, nee. Ist doch simpel, ist doch simpel. Helf mir mal hier hoch. Jetzt kommst du hier hoch. Ja, hast du. Ja. Und jetzt auf mich rauf und ich springe. Und dann kommst du dahin. Ah. Ja. Und jetzt habe ich die hoch. Und jetzt haben wir ein Problem. Na, wieso? Du gehst... Ja, das ist das Rätselslösung. Wow. Wow. Point. Perfecto. Perfecto, Mois, du. Sind wir fertig? Hä? Weiß ich nicht. Warst du schon? Ja. Warum sind wir hier unten? Und das war dann auch... Die Folge. Ja. Ich kann über Kopf nicht lesen. Irgendwie haben wir so viel... 25. So viel haben wir jetzt nicht geschafft. Egal. Diese Automaten sind böse und wir haben neue Gegner kennengelernt. Aber wir sind ein bisschen vorangekommen. Ja. Wir haben neue Gegner kennengelernt. Gegner, die einen verfolgen. Neue Ängste. Und wir haben kein Gold bekommen. Ne. Da müssen wir das nochmal machen irgendwann. Nur so. Na gut. Dann bedanke ich mich aber erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und... Auf Wiedersehen.